Heute stinkt das hier nach Hefe, ey. Gott. Ne, eine ist hier noch offen. Ne, haben aber alle. Egal. Ist das hier auch so? Ne, hier sind alle drinnen. Egal. So, dann jetzt hier die anderen einfach der Reihe nach durch. Was wir da auch mal kriegen. Würde ich sagen, hier nehmen wir die Jossebeere. Alles auf Getreide oder was? Nein. Hier kommt der Kürbis. Ich habe immer unten rechts das Feld, habe ich hier markiert, was wo drauf kommt. Dann kann ich schon mal die Splitter zuordnen, weißt du? Okay. Unten rechts, was du zuordnen, halt. Ah, zieg schon. Okay, dann weißt du, worauf du achten musst. Und das? Hätte sicher. Hä? Was denn? Hm? Die ersten zwei ausgenommen. Achso, der nimmt das ganze Feld. Aber mit Dünger hast du genommen. Hm. Immer mit Dünger. Ich brauche nur ein Feld, der nimmt eh alle vier mit. Nö. Ja. 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 Der hat's mitgenommen. Ja, ja, alles gut. Ja. Da steht dann eigentlich, äh, ob mit Dünger oder ohne. Da steht er, dicke Fett Dünger. Ja. Wenn du jetzt, guck mal, mein Stream. Achso, was war hier? Josse Beere. So, wenn du jetzt hier unten bist, ne? Ja. Steht, gedüngte Pflanzen, siehst du das? Kannst du lesen, gedüngte Pflanzen? Ja, ja, die, ja, ich mein, im, im Ding. Ja, hier. Ja. Ja, das habe ich schon gewesen. Ja. Wenn ich aber auf dem Schinklick, das. Steht da doch. Produktion 1. Dünger, ja, mit Dünger. Mhm. Dünger. Dünger. Ist drauf. So ist auch mit Dünger. 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 Ekkal. Hä? Also, das ist schon toll. Dünger. 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 D Spencer. D fé whenge. Dänger. D Format. D ded defense. gedrêb. Dін finde separat. das gleiche spiel habe ich oben bei der dinge auch gemacht ich fand das schon mal eben rüber und setzt da wenn das hergestellt ist funktioniert ich schon sobald alles drin ist geht muss halt nur alle ressourcen vorhanden sein dann geht das so so aber bitte nicht wieder selbst sind wir so aufwendig ich muss ja für dich was aufwendigeres machen warum du da was zum tun hast aber ich doch ist ja nicht aufwendig selbstmuss ist aufwendiger was drüben gesetzt was wer wo ok das sind die richtung dann jetzt habe ich hier keinen strom no pause sagt gut mein gott ja du brauchst nicht jedes einzelnen du musst nur auf das eine feld nehmen ich setze hier gerade schon die sattgutmaschinen hinsen haben wir die gleich auch schon stehen passt das ich habe nicht genau material So, mal eben ein paar Kabel machen. Ja, stellenweise habe ich auch noch nicht. Stellenweise ist noch gar nichts. Wo bist du denn? Da unten? Äh, grau? Äh, ja. Wie Keller? Erdgeschoss? Ja. Ja. Bei der Türe, äh, sind eigentlich überall. Ganz unten ist überall was. Du bist auch von einer, glaube ich. Ja, da bin ich gar gewesen. Aber gut, das ist nicht so. Ja, die eine wollte nicht mehr offen lassen. Für Sachen, die wir eventuell zu wenig haben, weißt du? Ja. Du, dann bleibt das einmal so, wie es ist. Sonst habe ich es da eingestellt. Mal die Unterrichts einmal eingestellt. Ja, das ist doch noch nicht, oder? Nein, ich meine, du willst ein Erdgeschoss. �illendarmel. Paariert? Ja. Ich mache mal. So k possibilität. Swinny bride ist zum Handel. äpfel ok hä was sind sie schreckt das ist ja aber nur auf 1 ich hab dir da auch noch muster gemacht ich bin gerade nicht durch ja weil das jetzt ja nicht weil zuerst habe ich es anders gehabt jetzt ist es wieder da anders ist nichts anderes ist halt selber das sechst du? also neiner ja mir ist egal das ist halt selber ja lass komm machen wir gleich es wurscht ich hab sie schon wieder raus aber es haben nur zwei fruchtsorten eine farbe drin und unten waren 8 drin ja weil das andere dinge sind das sind bäume bäume haben wir nicht so viel ach so deswegen ah ok mir hat es nur durcheinander ja aber es gibt es Bananenbaum nicht erst drauf nein bei mir ja ah ok guten Morgen also warst du noch nie irgendwie Karibik oder wo die scheißdinger hergestellt werden an der Bäume hängen was weiß ich Hawaii oder kein Plan ja Balmentäne oder online geguckt ja komm wieder zu ja ja äh was hast du auch sitzt Bananen ja ja Bananen ok Bananen Bananen oho ja ja was bist du ist dinger nicht dinger das danke ich bin grad dabei und sagt gut dinger hin zu ballern aber gar nicht so einfach kann ich mir vorstellen aber vom platz her nicht so einfach wechselt sie das an, also was fühlst du was anderes? was soll? ja ok, ich sag nichts mehr was soll? jetzt habe ich zwei aufs Hut und jetzt ist es auch nicht ja, bei Blumen gibt es nur eine Sorte, bei Mycelium gibt es auch nur eine Sorte ok ja 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 und du bist alles auf Dünger? ja 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 geht auch ein bissel auf hoch, aber wenn du Sanson nimmst, also wenn du Sanson nimmst, dann geht es auch auf hoch, aber dass und im letzten wirst du nix drin haben? wenn da nur eine graue fläche ist bis jetzt nicht also das sind da flächen wo nix drauf gebaut ist da immer so ja sonst ist da unten jetzt haben wir alles eingestellt dass du die zweite etage eingestellt na dann kannst du wenn du magst so sagt gut extraktion kommen einmal bitte dachgeschoss andere seite von produktion bitte müssen wir noch ein paar förderbänder angeschlossen werden aber nur ein paar also stehen noch nicht alle ich habe jetzt nur erstmal grob ein paar gesetzt dass ich gleich ein bisschen optisch was habe die latsch jetzt aber ausnimmert um ich will nicht nur mit dem provisorischen die brücke auch noch fertig bauen ja 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 ich muss die brücke ja klar noch fertig bauen das ist noch nicht mal nun mal alles dann ist noch nicht mal was alles drüben stand du könntest die fördern wenn du schon mal anschließend an den einzelnen dingern ja welcher will ich wir hier hier ja oben und oben oben ja also unten wie auch oben mussten wir sagen wir die förder müssen alle angeschossen werden alle später alle funktionsonatoren ja du kannst da steben funktioniert lang doch die oberen mit die oberen verbinden oder die hier natürlich als nur gerade rüber ziehen die bände immer zack 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 fertig